Liebe Taunussteinerinnen und Taunussteiner, heute möchten wir mit Ihnen über Mobilität und Verkehr vor Ort sprechen. Wir haben uns das Ziel genommen, bis zur Kommunalwahl am 14. März Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten, aber auch unsere Schwerpunkte und Ziele vorzustellen. Und deswegen habe ich mir Erik Thiel ins Studio geholt. Mit Erik möchte ich den Verkehr thematisieren. Er ist Experte bei uns in der SPD Taunusstein genau zu diesem Themengebiet. Und ich glaube, ich brauche Ihnen zu Hause nicht erklären, wie schwer unsere Verkehrslage in Taunusstein ist. Die Ahrstraße ist überlastet, die Wege nach Wiesbaden sind voll. Und genau jetzt auch nach dem Wegfall der Citybahn merken wir einfach, Taunusstein braucht eine neue Option. Taunusstein braucht neue Verkehrskonzepte und Mobilitätskonzepte. Und dafür möchten wir bei Ihnen werben, nämlich, dass wir mit einem guten Mandat ausgestattet werden, um Verkehr neu zu denken. Und dafür braucht es einen intelligenten Mix. Und ein intelligenter Mix hat in der Regel mehrere Bausteine. Und darüber möchte ich genau mit Erik Thiel sprechen. Und ich fange einfach mal an mit dem ersten Baustein. Erik, schön, dass du da bist. Und vielleicht kannst du gleich zu Beginn uns ein bisschen was zum ÖPNV sagen. Öffentlicher Personennahverkehr ist ein ganz wichtiger Aspekt in so einem neuen Verkehrskonzept. Wie steht es um den? Ja, erstmal Hallo auch von mir und danke, Max, für deine Einleitung. Es hat sich viel getan im öffentlichen Personennahverkehr in den letzten Jahren. Aber wir sind immer noch weit von einem guten Zustand entfernt. Wir brauchen eine bessere Taktung innerhalb der Stadtteile, aber auch gerade in äußeren Stadtteile und in den Nachbarkommunen, gerade nach Wiesbaden. Stichwort äußere Stadtteile müssen besser angebunden werden. Regelmäßige Busverbindungen und gerade die Busverbindungen nach Wiesbaden entlastet werden, dass man keine überfüllten Busse. Und das alles zu fairen Preisen, dass es keine soziale Frage ist, ob man mit dem öffentlichen Personennahverkehr zur Arbeit fahren kann oder mal in die Freizeit irgendwo hin. Ich denke, der schienengebundene Personal ÖPNV kann da natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein sein, gerade mit der Reaktivierung der Atterbahn. Da gibt es zu mir wahrscheinlich recht. Aber ich denke, generell zeigt sich die Herausforderung allein schon an einem kleinen, ganz winzigen Beispiel, nämlich dass es uns in den letzten Jahren nicht mal gelungen ist, am Freibad eine Bushaltestelle einzurichten und zeigt eigentlich, dass da richtig großer Handlungsbedarf ist auf diesem Themengebiet. Schauen wir mal auf den zweiten Baustein und zwar auf das ganze Thema Radverkehr und Radwege in Taunenstein. Jetzt weiß ich, du bist selbst auch ein leidenschaftlicher Radfahrer. Wie steht es um den Radverkehr und die Radwege in Taunenstein? Ja genau, ich fahre selbst liebend gern Fahrrad und seien wir mal ehrlich, die Fahrradwegezustände in Taunenstein sind katastrophal. Es macht super viel Spaß durch den Wald zu fahren, aber das ist nicht alltagstauglich. Dafür brauchen wir ein durchgängiges Radwegenetz, was befestigt ist, wo wir keine großen Verkehrsflächen mit dem Auto teilen, um eben da Konflikte vorzubeugen, Unfälle vorzubeugen, sondern sicheres durchgängiges Radwegenetz. Entlang der Ahr von Seizenham bis Neuhof, aber natürlich auch mit Radschnellwegen nach Wiesbaden. Das sind, glaube ich, ganz, ganz entscheidende Punkte. Ich habe noch mal einen dritten Baustein mitgebracht, der mir wichtig ist, weil der ja gerade auch in der Modernen auch dazu gehört zu einem intelligenten Mobilitätskonzept, nämlich das Thema nachhaltig oder nachfragegerechter Verkehr, Mobility on Demand. Das ist, glaube ich, das Stichwort, aber auch Carsharing ist da oft ein Thema. Aber schauen wir mal auf Mobility on Demand. Was hältst du von dem Konzept? Erstmal, das ist das Konzept der Zukunft. Wir werden wegkommen von einem Auto gebundenen Individualverkehr. Wir werden versuchen, Verkehr auf die Schiene zu verlagern, aber wir bekommen jetzt ein Pilotprojekt in Taunenstein und ich glaube, das ist ein super Ding. Und zwar, es nennt sich Verkehr on Demand, wo es virtuelle Haltestellen im ganz Taunenstein geben wird, alle paar hundert Meter Wohngebiet, aber auch die Option, dass man von Haustür zu Haustür fahren kann, zu einem fairen Preis, wo man über die App oder per Anruf sich das bestellen kann. Und das ist ein intelligenter Verkehr. Das ist auf Nachfrage, wird gefahren, man braucht kein eigenes Auto dafür und das füllen wir jetzt in Taunenstein ein. Das kommt und unser Ziel ist es, dass es eine faire Tarifstruktur gibt, die die äußeren Stadtteile nicht benachteiligt. Ein sehr schönes Konzept, wie ich finde, was jetzt in die Umsetzung geht und dafür möchten wir natürlich auch werben. Und ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass Taunenstein ein neues Verkehrskonzept braucht, eine neue intelligente Struktur von Mobilität und Mobilität vor allem auch neu denken kann. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch gerade gut rübergekommen. Wir brauchen einen intelligenten Mix und nicht einzelne Projekte wie sinnlose Umgehungsstraßen, die nicht von uns auf der Agenda geschrieben wurden. Wir haben immer oft genau das Thema gehabt in der Vergangenheit im Stadtparlament und jetzt ist genau die Zeit, um Verkehr neu zu denken und mit einem neuen kompletten Mobilitätskonzept vorzugehen. Dafür möchte ich bei Ihnen werben zu Hause. Am 14. März des Kommunalwahl statten Sie uns genau mit einem guten Mandat aus, um genau dieses Thema, diese Herausforderungen, die auch gerade eben geschildert wurden, damit das Freibad zum Beispiel in Taunenstein wirklich eine Haltestelle bekommt, aber Mobilität auch neu gedacht wird.